Wir machen beim Blumenkorso mit, weil es einfach das tollste Wetter im Jahr ist, der heißeste Tag und wir durch die tollste Kurstadt der Welt laufen. Ich mache beim Blumenkorso mit, weil er absolut das geilste ist, was es in Rheinland-Pfalz gibt. Ich mache beim Blumenkorso deswegen mit, weil wir mit Freunden zusammen den Wagen gebaut haben und wir miteinander Spaß haben wollen. Ich mache beim Blumenkorso mit, weil ich sehr meine Stadt liebe. Ich mache beim Blumenkorso mit, weil wir gerade noch gerne im Sommer hier laufen. Also ich mache beim Blumenkorso mit, weil es unwahrscheinlich viel Spaß macht, immer wieder neue Ideen der Stadt Bad Ems zu präsentieren und einfach mit den ganzen Freunden zusammen das Blumenstecken und auch dann den Korso genießen und der Stadt Bad Ems seine Freude zu bereiten. Ich mache beim Blumenkorso mit, weil es einfach Spaß macht, die Gemeinschaft ist toll und es ist immer ein tolles Ereignis. Das war es einfach. Und das ist auch wirklich viel Spaß. Das war es einfach. Untertitelung des ZDF, 2020